Geh zurück! Ausatmen! Scheiße! Scheiße! Er ist tot! Verdammte Krasse! Ich bin hier ganz alleine! Runter! Runter! Ich bin festgenagelt! Wir werden den Stücke zerrücken! Ich sehe nichts! Gib mir das auf! Ich bin jetzt hoch! Nein! Nicht hier! Nicht hier! Scheiße! Scheiße! Wo ist er?! Übernehme Position! Haltet ihn unter Beschuss! Kommando Delta-3-2! Wir haben ein ziemliches Gas-Leck in Zellenblock C! Hohe Explosionsgefahr! Wir prüfen es! Bitte um Anweisung... Wir sind jetzt in der Zelle! Wir haben Befehl unsere Position zu halten, bis die Zielperson ergreifen oder ruhig gestellt wurde! Delta-3-2 hat verstanden! Ende! Ich sehe! Wir sind derjaige, In der자를 raus channelen! Bis mir seid Kommand! Kommo! Was? Bring es! Geht in Deckung! Du Hurensohn! Du Hurensohn! Angefallen! Wie ist die Scheiße? Hinter der Kiste! Hinter der Kiste! Hinter den Schachtel! Bring es! Bring es! Pass! Bring es! Du Hurensohn! Gottverdammt! Du Hurensohn! 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 Weiss! Ich gab euch das Leben. Ich habe euch geformt, euch erschaffen. Ihr werdet mich fürchten, wie ihr es einzig getan habt. Mein Gott, krasses Kapitel. Eigener Rekord, 49.000 Lieblingsson. Tja Leute, ich würde sagen, ich werde jetzt zwar noch weiter gehen. Er versucht uns aus der Mutter, aber die Welt. Abschnitt 2 Slums. Los hoch, sie kommen. Wer kommt? Wir haben wieder nichts außer unsere Waffe. Aber ich werde definitiv erstmal einen Cut machen. Und ja, man wird sich dann wieder sehen, weil jetzt ist schon wieder, ja, ich weiß nicht, die Stimmung fehlt gerade irgendwie. Ich spiele es auf jeden Fall ein bisschen später am Abend nochmal, denn obwohl es ein bisschen dunkler ist, da kommt die Atmosphäre viel besser rüber. Ich mache eine Pause, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sorry nochmal für die Lags, die entstanden sind. Ich muss gucken, inwiefern sich das verschlimmert oder verbessert. Muss ich mal schauen, aber... Mich würde sagen, ich werde dieses Let's Play auf jeden Fall weiterführen. Ich denke, es wird sehr viel gefallen und ich hoffe, es hat euch bis jetzt auch gefallen. Der ganz große Schock hat man noch nicht, außer einmal an der Glasscheibe am Anfang, aber das ging noch. Das war nur ganz human. Also Leute, ich mache eine Pause. Bis gleich. So, willkommen zurück. Wir können uns erinnern, wir haben ja auch gehört. Liegen hier auch gleich neben der Leiche. Messer haben wir noch, aber ich will noch was einstellen. Au ju. Ein bisschen runter machen hier. Musik runter, Umgehungsgeräusche runter. Dann sehe ich da mal runter. So. So ist gut. So lassen wir das denn. Gut. Dann werden wir jetzt mal weiter. Ja, gefällt mir. Okay. Das wäre gleich sympathisch. Ja, hi, Eimer. Ich habe dich auch lieb. Mami wird doch nichts tun, oder? Das ist doch meine Mami. Wenn du eine Möglichkeit hast, dann schieße. Schalte diesen Karnavenwixer so schnell wie möglich aus. Jetzt haben wir wieder was. Nur Knarre. Was sind wir hier? Was ist das für eine Reinigungsanlage? What's so? What's so? Hehehe. Ganz aus. Die wird um Sex tun. Wir sind lieb. Oh. Kommando, hier Echo 3-1. Wir haben ihn. Bereiten uns auf Betäubung und Transport vor. Wir kommen auf den aufgesten Kinniggevon. Einmal schätze aber auch irgendwie nicht gut zu gehen. aber sie hat uns gerade in das Leben gerettet aber warum ist die Frage warum da kann man lebt es ja nur ja gut das ist ja auf jeden Fall tot, definitiv nicht sehr nett Fußspuren ja ne und so man freut sich doch immer wieder solche Sachen zu sehen und wer ist er hier hallo parkt der da oben einfach mal okay ja 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 dann wird es euch halt zerreißen Leute wie wir sehen sehen wir dass wir hier rauskommen drei Meter Abstand Kommando Hotel 26 Axial fordert Caster und Mecha Unterstützung an ja fordert mal an Leute ihr werdet es auch gut bitter benötigen dafür sorge ich schon die Waffe haben wir jetzt auch können wir die Leichter ja können wir so jetzt haben wir wieder eine etwas humanere Waffe hier er ist hier was Feuer bereit diesen Mann hast du ihn gesehen wir haben ein er überlebt da auch noch Hast du das gesehen? Werfe Granate! Ihr Schweine, ey. Wir müssen auch immer mit Granaten kommen. Habt ihr Sichtkontakt! Haha. In Position! An die Weltgruppe! Verlagern! Der ist tot! Verdammte Kacke! Tja, Leute. Kommando, Bravo zuvor! Wer hat mich? Hat ihn irgendjemand gesehen? Standort von Bravo zuvor. Östlich der Säulenplatz ist. Genaue Koordinaten werden übertragen. Ich bin getroffen! Ich wurde getroffen! Ich brauche hier Unterstützung! Und zwar jetzt! Ich bin getroffen! Mach zu! Nelber schlechter Insinn! Ich geh da rein! Verscheuzen! Ich geh rein! Nimm! Mega tief! Mega tief! Oh! Geht mir direkt auf! Nagel geht fest! Gut! Oh ja! Nehmen wir noch ne Läsche! Tja, Kollege! Tja, Kollege! Ja, du auch! Du gehörtest dazu! Du gehörtest dazu, Kollege! Jetzt wollen wir mal die Waffe wieder nehmen. Tja! Kann das auch mit den Granaten? Genau? Tja, Kollege! Ja! Wenn man denn hier in Rappen macht, wird an einem Rappenstoß.